Kann man mit dem Weihnachtsmann ein Baby bekommen? Mein Sim ist schon ready, das für euch herauszufinden. Er findet die Idee scheinbar gut. Und das trotz des Stresses um diese Jahreszeit. Erst müssen wir uns vorstellen und ein wenig mit ihm flirten, um ihn um den Finger zu wickeln. Bis es dann schließlich zum ersten Kuss kommen kann. Und dann, wer hätte es gedacht, geht alles ganz schnell. Auf geht es zum Honka Honka. Jetzt wird es spannend. Ist sie schwanger? Sie macht einen Schwangerschaftsfest und Daumen drücken. Ja, und ihrem Gesichts nach zu urteilen, ist sie davon auch schwer begeistert. Was reingeht, muss auch wieder raus. Das Baby ist da. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Junge. Und die Zeit rennt aus dem Baby, wird ein kleines Kind. Mit einem Geheimnis. Er hat nämlich dieses besondere Merkmal durch seinen Vater bekommen. Ob er wohl magische Fähigkeiten besitzt?